Oh, ich hatte uns verlassen. Ich komme gerade aus dem Urlaub. War das schön auch mal locker. Mein erster Arbeitstag ist heute. Warum seid ihr alle so traurig? Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Wieso ist nicht mehr da? Hat vor einer Woche gekündigt. Die Firma lässt jetzt gar nicht mehr. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Habt ihr ihn geärgert? Das kann ich nicht verstehen. Er war doch immer so fleißig. War für die Firma immer da. Wieso, wissen wir nicht. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Der Chef kann auch nichts verstehen. Er wollte mehr für ihn bezahlen. Er war immer für uns da. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Die Firma ist auf den roten Zahlen. Dann haben wir keinen Absatz mehr. Denn das Lager ist so leer. Ulrich, Ulrich hat uns jetzt verlassen. Ulrich, Ulrich ist nicht mehr da. Ich hörte mir seine Idee. Ich rufe den Hausbringer an. Das Telefon klinge und ich frage ihn. Ulrich, Ulrich, hast du uns verlassen? Ulrich, Ulrich, warum bist du nicht mehr da? Ulrich, Ulrich, warum hast du uns verlassen? Ulrich, warum bist du nicht mehr da? Ich vertraue dir das Folgende an. Ich habe eine Million gewonnen. Und wir mit keinen Teil, nur mit dir. Ulrich, das kannst du nicht machen. Und ich sage, wir wollen unseren Ulrich wiederhaben. Ulrich wiederhaben. Wir wollen unseren Ulrich wiederhaben. Komm zurück zu uns. Wir wollen unseren Ulrich wiederhaben. Ulrich wiederhaben, Ulrich wiederhaben, wir wollen unseren Ulrich wiederhaben, komm doch zurück zu uns, Ulrich, wie überleg dir das, komm doch zurück zu uns, was soll das, du kennst das doch zu Hause gar nicht aus, das ist doch viel zu langweilig für dich, trotzdem Millionen, Ulrich, tschüss, melde dich wieder.